Hallo, herzlich willkommen zurück bei Fallout und wir wollten natürlich in äh, die, 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 die. Ja, wir wollten in die, in die Gatakompten von Stella Bay in die Ruin. Ich möchte aber ganz kurz nochmal diesen Jungen retten, denn der war hier ja auch noch irgendwo. So, ein Moment, 500 Meter, da hinten, da können wir auch schnell reisen, dann machen wir einfach mal ganz kurz, so, der Kaffee brennt, ach, da soll der sein, wieso geht er in die kleine Einwahrheitsrein, egal, so, du wolltest reden? Danke für das Kompliment, naja, ich hab jedenfalls nicht vor, drauf zu gehen. Ich fühle mich klar, dass du mich sogar fragst, ob ich dir, äh, und ich werde leben gehen, weiß ich dann, oder was reden wir überhaupt, na, komm. Ja, das ist ja nicht, was passiert ist ja? Erst, wir gehen zu Haze. Ich habe ihn, äh, von unserem Encampen. Ich muss mir meine Respekt. Ich zeige euch, wo er ist. Er hat eine Medallion in seinen Effekte. Das ist das, was ich zurückgekommen, zu Bury. Dann, wir finden meine zwei Lost Trackers und bringen sie zurück. A lange Zeit, wir haben ein Encampen in einer Monarche, in einem Monarche, die Systeme sind. Trouble ist, ein Mannequine showed up und kicked uns alle aus. Wenn wir uns Rebekah und Anders finden, dann wissen sie, wie sie auszuliehen. Dann, wir töten die Bütze und büren alle Medallionen zusammen. Danke, Cap. Kein Problem. Aber erst mal, der kleine Junge. Na, das geht ja relativ schnell. Paff. Echt coole Zeug, nur, ey. Wer sind die Ikonoklasten? Bittest du mir ein Publet an? Und da ist gar keins? Warum? Wir sind die einzige Freien in Halcyon. Ist das so? Keine Kooperations, keine Schäden, keine Probleme. Also sicherlich irgendwas Krummes, die haben die am Traumlaufen. Keine Probleme? Was mit den Rebekahns oder den Plündern? Oh, das sind nur Probleme. Wir dealen mit ihnen, als sie kommen. Um, you're welcome to stay with us, so long as you can earn your keep. Eine große glückliche Familie, was? Ich suche eine Arbeit. Habt ihr einen Boss oder eine Handführung oder sowas? Oh, sure. Graham's our founder. He taught us how to cut our own path in the wilderness. And, I guess some folk have started following Zora's orders. You can think of those two as our leaders, but they're more like examples. We all ought to be more like them. Wo bin ich die bei? Graham's place is in the large building straight back. Zora's sometimes there talking with him, but usually she's in the triage clinic next door. Let's see if we're Zora. She, well, she's been with us since the beginning. I think she was our Sawbones back then, but now she's more like our commander. She goes and finds people in the wilderness and gets them to come here. And she keeps us from being chewed on and whatnot. She's liable to take your head off if you screw up, but then she'll sew it back on for you. Okay, on Graham. Why, he's our founder. Graham taught us about philosophism. Through him, we came to the eternal truth. I'm glad you're asking, by the way. I hope you'll consider staying. Verstanden. Hey, bevor ich verschwunde, ich so reinkehren am Stuckhausen gesehen. The new boy. Yes, he's quite clever. He took to our teachings very quickly. Last I saw him, he was headed into one of the buildings up the hill. Oh, ha, oh, ha, oh. Die waren wir noch gar nicht. Die gucken mich immer so verliebt an. Oh, dass sie ist betrunken oder auf Droge. Naja. Ähm. Ich würde vorschlagen, wir machen das Essen mit ihr. Wir wollen, wir wollen eigentlich Essen. Ihr könnt da kommen, verdammt. Weil, ich würde sonst vorschlagen, wir nehmen das Essen mit mir. Nicht, die ist überhaupt betrunken, oder? Ich würde vorschlagen, wir machen erst das alles mit ihr. Dann holen wir nochmal Vika und gehen nochmal hier hin, weil der hat das ja damit. Oder? Oder erst in die Katakom. Gut, erst in die Katakom. Dann komm. Dann geht's halt erst in die Katakom. Ich hab's gesagt, also. Wollen wir das jetzt auch mal einhalten hier. So, wo war denn das? Wo war denn das? Ja, denn, Junge, der... Sie ist halt nicht ganz normal, aber sie ist trotzdem liebenswürdig. Da hinten ist das. Dann müssen wir... Da war das, ne? Hier. Durch. Genau, hier war das. Auf geht's! Dann wollen wir mal sehen, was uns hier erwartet, oder? Ähm. Achso. Wow. Was sind die jetzt überhaupt? Jetzt sind wir wieder draußen. Dann war es wohl jetzt reine Zeitverschwendung hier. Hä? Wow. Das hat ja mal nichts gebracht. Okay, das hier sind also die Ruinen von Standard Bay. Okay. Wow. Alles klar. Ähm. Wo ist denn... Ihr Auftrag jetzt? Wo war denn das? Bin ich im Kleif? Wo war denn das? Hä? Ist das doof? Das haben wir ja alle schon. Der leere Mann. Nein. Wir können mal ganz kurz das machen. Jetzt krieg ich rein. Ähm. Das war... Da hinten. Ja, gut. Dann holen wir das jetzt später. Dreischaltruppe. Oh, er ist gerade... Ah, es ist... Da haben wir es auch. Er ist auch da hinten. Oh, Gott. Ich muss sagen, wir gehen erstmal weiter. Weil ich möchte jetzt nichts... Äh... Wecknehmen oder vorausnehmen. So, wo müssen wir lang? Hier müssen wir lang. Okay, los geht's. Hö. Nö, nö, du wärst trockengelegt, du. Müsst du hier mal ein bisschen... ...auf dich aufpassen. Ist die Mantiköntin vielleicht wieder da? Wahrscheinlich schade. Äh, klar, also bitte, du kennst uns doch nicht, wa? Moin. Ja, du... Sie brauchen auf jeden Fall noch. Das ist so. Das wird's. Guck mal, kein Problem. Ja, wie geil. Moin. Mega Mantiköntin, ja, Alter. Wo holt sie denn hin? Hä? Guck mal, Alter. Wo sind wir die Schiene? Ah, ich glaube, die hat einiges drauf. Wo sind denn deine Banditen, bitte? Oder Plünderer? Oder was auch immer du meinst, hier... ...gesehen zu haben. Und du brauchst noch Rüstung dringend. Na gut, der Waffe hat sie ja. Das ist nicht das Problem. Aber... So, hier war... Okay, dann rein da. Wenn wir da reinkommen können. ...die Station-Code. Ah! Kommen wir da sonst irgendwie rein? Ne. Ja gut, den Code haben wir noch nicht. Da können wir nichts machen. Schade, schade. Ach, sie meint die... Ach, sie meint das hier. Ja, kommt. Hallo? Entschuldigung. Also eigentlich nicht, aber... Autsch! Noch? Ah, da hat uns jemand bemerkt. Oh, das ist so schnell. Habt ihr die regelt. Läuft, oder? Läuft. Ah, den wollte ich auch nochmal ausprobieren. Und wir haben natürlich noch... ...einen Helm. Den ich nochmal ausprobieren wollte. Zumindest angucken. Das war ja dieser... ...MSI-Elm, ne? MSI-Elite-Elm, glaub ich, war das. MSI-Elite-Elm, ja... ...MSI-Elite-Ausrüstung ist aber natürlich geil. Herrlich. Fernkampf-Fähigkeiten, plus 5, ja, komm hier, New Yorker. Kriegst du mal. Äh, einmal das hier... ...und einmal das hier. Ist auch gut angezogen. Zwei, auf dem Nachkampfwagen brauchst du nicht. Und ich hoffe, ich komme mit dem Ding mal gerade... ...nächstes Mal klar. Zum hier. Das ist der Jäger-Außenpustens. Kommen wir nicht noch anders rein? Echt nicht. Muss ich das haben? Nääääh. Also, kacke. Na gut. Hey, was haben wir denn da? Moin! Mist. Ja, na. Ja. Ja, am Rife. Mr. N. Was ist Mr. N? Ach, N-Strahl, ja. Und wieder mal Vorteile. Was können wir denn nehmen? Ich wollte noch was, was war denn... ...den negativen Kämpfe für die Person. Muss man noch mehr schauen. Äh. 70 Punkten laufen während... Nein, das brauchen wir nicht. 100 Kilogramm schlau, das können wir auch mal. Er wird die Notwendung auf die Fältigkeitspony à la Rüstung, die du trägst. Ah. Irgendwie über. Dein nächster Angriff, nachdem du einen Gegner getötet hast, ist ein kritischer Treffer. Das würde ich sogar machen. Das ist gar nicht so... Oh, warte. Fähigkeiten. Ähm. Ecke. Detektionsreichweite. Ah. So. Schön. Läuft. Ähm. Müssen wir jetzt... Da, da, da. Haben wir noch... Ja. Danke. Ich glaube, darunter können wir nicht jetzt was, ne? Ich kenne das Rotting River, aufgrund des Todes, die ich in die Jahre hervorhebegebracht habe. Ich will dich in die Devilspeak-Kavern, wenn du es unter dem Bruch fährst. Das ist eine. Oh, nö. 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 Man, der nächste wäre aber ein kritischer Treffer gewesen. Ist halt blöd. Vielleicht zählt das immer noch. Egal. Warum hier denn? Wir kommen hier rein, aber ich kriege Schaden, weil jetzt Wasserfall... Ich glaube, man ist es einfach nur aus den anderen Spielen gewohnt. Alter. Okay, ist nichts. Es hört sich so an, als ob da oben irgendwas ist, ne? Da, guck mal da. Als ob da oben ein Öl ist. Ich muss es versuchen. Och, komm schon. Okay, das kann man also nicht lang. Ich scheine, ich will es nochmal probieren. Ah, hier war noch jemand. Was hat gleich der Soldat? Ja. Nein. Autsch. Ja, ne, aber da kommen wir nicht weiter. Kannst vergessen. Schade. Schade, schade. Na gut. Dann haben wir eine Stadt. Da haben wir eine Stadt. Alter, was... Wie groß das ist? Das ist. Die Frage ist, ist das hinter dem... Hinter dem Wasserfall, oder wo? Auch wieder hier verschwungen Wege. Ich brauch wieder nichts. Okay. Gucken wir doch mal, ob wir da hinten hinkommen. Oder ob wir da hinten hinkommen. Nein, hier schon mal ich. Boah, was? Okay, gleich. Waren wir gleich. Hier ist wieder nichts. Also, natürlich, also das, aber... 50, ja, ja, komm. Schauen wir mal, Yooker 2. Ein bisschen wie hier. Wie immer kann es zieht, du ja, Borst. Ach, hier sind wir ja auch eine Aufmerksamkeit. Aber nirgends werde ich... Mach ich erstmal nicht. So, dann haben wir da oben noch was. Wenn das das ist, oder kamen wir da her? Da kamen wir her. Und, wo sind wir hier? Da ist ja der Wasserfall. Da kommen wir nicht lang. Wir konnten da hinten weiter. Das ging doch gar nicht weiter. Also, natürlich gehe ich da jetzt erstmal lang, weil... Aber da ging es doch gar nicht weiter. Da, da... Da, da, da... Kein Problem, ich kriege alles an. Das ist doch gar nicht. Hier geht's! Keine Ahnung, die Dinger. Sprecher wegen Plasma. Plasmashaden? Nöp. Darf ich einen Vorteilspunkt? Ganz ehrlich. Wir reden ganz schön viel. Wollte ich nur mal bemerkt haben. Oh, was passiert? Okay, dann gehen wir mal ganz kurz hoch. Gucken mal, wo wir da ankommen. Wo wir da anscheinend weitergekommen wären. Gucken wir mal rein. Ja, 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 ja. War's das? Das war's anscheinend. Präzisionsspektionsvergrößerungsmonolinde. Achso, das ist ja... Das hat's auch nicht. Das war einfach Brille. So könnt ihr eure Brille nächstes Mal nennen. Okay, ist sonst nichts. Da haben wir noch jemanden. Sturmgewehr Ultra lässt sich bestimmt auch gut aufrüsten. Ja, ja, ich nehme den Plasma, ich helfte nur noch im besten... Äh, ich habe mir gesagt, ich helfte nur noch im besten Plasma. Noch einer. Noch einer. Viele Leichen, die leider keinen Namen haben. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Da fehlt so ein bisschen das Persönliche. Wenn man zum Beispiel ja so machen kann, dass man die Namen von Unterstützung oder von dem Entwickler-Team oder so. Das ist alles nichts wert, ganz ehrlich. Das ist sowas von nichts wert. Moin. Das war noch nicht alle, da war doch noch was. Eigentlich war da, okay. Okay. Ähm. Was? Devil's Peak? Ach du Heiliger. Hier kommen wir wieder... ...unter. Alter. Seid's, wir kommen... Alter. Oh, hier zwischendurch. Oh, hier zwischendurch. Es ist immer etwas zu fixen. Und es ist nett, arbeiten in der Ather. Ich habe immer Atmo für eine Chance genommen. Jetzt, wenn ich drüben durch die Hälfte, wir werden zufrieden. Excitig, you know? Ich... Ich bin nicht sicher, dass ich wissen wollte. Aber ich bin in Spacern, dass ich mich aufhören kann. Ah! Nee, nee. Ah! Ah! Okay! Wenn wir zurückkommen, ich trinke, dass ich diese Gespräche, direkt aus meiner Erinnerung bin. Siehst, wie die Warte raus ist, Marbel. In meinem Patron. Lass mich überlegen, ob ich das nicht... Ah, alles klar. Und ich bin wieder überladen, ja moin. Und so war... Hallo Donald any conflicts of interest regarding c3 and third parties all right first things first to make a decision in this dispute i'm gonna need to know what your role in your organization is meine rolle im prinzip bin ich arbeitslos man könne mich als CEO als ein Mann unternehmens bezeichnen wir sind ja kein ein Mann also im prinzip bin ich arbeitslos jobless what why if you ain't out here on account of work then might be you ought to explain what are your intentions regarding Devilspeak station that is why you've wandered out here I presume nein ich wusste noch nicht mal dass es eine Station von Devilspeak gibt was mit einem Informationshalter namens Hiram reden our guidelines allow us some leeway in identifying threats to our client your unorthodox profession makes me think we ought to remove you from the premises permanently however the terms of our contract specifically targets marauders iconoclasts MSI operatives and anyone deemed to hobo like in appearance the world as you don't appear to fit any of those categories I'm afraid I can't quite make a call on you don't we as a standing policy provide an alternative determination via financial restitution adi our chief financial officer could confirm but I'm betting if you're willing to compensate us for our lost time and productivity due to this arbitration you could pass bestehend reichen 780 bits aus überzeugen können wir sich einfach miteinander auskommen ohne dass Geld die Ende tauscht wir stehen doch alle auf derselben Seite ganz ähnlich wozu soll ich 780 bits zahlen für nichts ich denke wir können wir können es ist etwas wie ich mag über dich ich kann nicht meinen Finger an es aber ich fühle mich lieber dich mit uns als gegen uns all right Lance unless you have a final point of contention to make I say he's clear to go nah I'll sign the clearance form just I must advise you to steer clear of devil's peak station it's teaming with marauders na hoff ich doch anything else you need wie konnte ich stationen von tuner und überran werden wenn ihr angehört wurde um sie zu warten ja trying to say we didn't do our job nein I'll have you know our contract was to stop any marauders coming from the caves didn't say nothing about the ones taking the mountain path we'll simply clear them out later once we've got the go ahead from birth old that's right birth old fox is our boss man founder president and ceo birdie went down into the caves on a hunt for marauders give or take six hours ago he's a hands-on type likes to handle the tougher tasks himself although he should have been back going on six hours now I'd ask you to check the case for him but then we'd have to kill you when you crawl back out was wenn er rauskommt das ist doch genau so we müssen die stationen und bett und wird also auch gut wenn das in die höhe wieder rauskommt ja eben space now the contract doesn't target c3s hadwin force it otherwise mike cold blooded any donald mario zum c3 mitgliedern halber dann gehe ich auf der supernach wie ja dann use this signals locked to birdies tracker should lead you right to him or his body whatever you find bring him back to us okay hey you know it's annoying cool the guy calls himself the information broker like he's starring one of those fancy broadcast productions the station puts out my guess is he brokers information don i don't care if the guy's name is the architect himself so long as we get paid well and paid on time no dispute here okay that's where you stephen stranger you lose the leg i gotta file the incident report was fast so ne brille wie der typ von iron man 1 der bösewicht iraner oder wie der heißt ich hab keine ahnung haben wir vielleicht hier eine automaten das ist alles nichts aber die werkwagen würde ich gern benutzen denn zerlegen würde ich gern einiges hier das 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 und eigentlich auch das weil wir haben genug genau so reparieren würde ich aber auch gern einiges das 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 und kommen wenn wir schon mal dabei sind das modifizieren brauche ich momentan nichts das ist egal ob wir können wieder rennen wie viel haben wir denn jetzt 60 von 200 ja das passt gut dann gehen wir da auch noch mal rein aber vorerst gehen wir erstmal quasi zurück guck mal was das hier aus sich hat da kommen wir dahin oder so was haben die hier gemacht eigentlich was haben die hier gemacht oder kommen die da her wo wir jetzt hinwollen ganz kurz gucken die kommt da wo wir hinwollen denn hier ist nichts hier ist jetzt einfach nur so ne runde wie wir gehen können moin jetzt legt er sich hin jetzt legt er sich hin ah der sechsfachzoom ist übertrieben weiter also ein vierfach hätte auch locker gereicht aber na gut ich will mich nicht beschweren und vor allen dingen wollte ich das mal wieder benutzen warum mach ich das nicht nichts vollschutz im 38 schwer eh na gut guck mal hier ist nichts mehr also hier geht es jetzt wieder nach unten ja aber das da war nicht mal wasser ach komm warum geht es hier jetzt wieder nach unten ja ouch ok ich wusste nicht dass man da auch hoch könnte aber leute darf ich euch mal meine sense zeigen aber ich sehe nichts mehr ich sehe nichts mehr ich sehe nichts mehr ich will mir noch irgendwie bringt das nichts warum man das nicht so macht bin ein bisschen enttäuscht ich kann nicht mal sagen wieso das nicht geklappt hat naja was ist ein Anti-Manti-Karabiner das gefällt mir natürlich immer das Ding schießt wenigstens schneller das gefällt mir natürlich Anti-Manti-Manti-Säure das ist ein 3er Schuss das ist jetzt nicht das geilste aber wir behalten das mal und dann machen wir den einfach auf die 1 dann gucken wir mal hier müssen wir noch weiter da müssen wir dann auch noch hin aber erstmal hierhin gespalterter Fels entdeckt Hammer des Olymp ist keine Wissenschaftswaffe guck mal hier wären wir nämlich nicht hochgekommen deswegen war ich ein bisschen verwirrt aber gut okay egal ist jetzt wie es ist ähm ja oh Oh, ob ich jetzt stoppe gar nicht mit mir. Oh, jetzt bin ich da. Das ist nicht so gut. Na, mal bitte. Ja, da kann ich nichts für das, wenn ihr nicht wohnen wollt, müsst ihr halt fühlen, ähm. Hä? An, das ist aber ein schneller Hund. Woah. Luckshot, Alter. Luckshot. Toll, Leute, seid ihr wieder da? Hier seid ihr wieder da, das freut mich. Dann lasst uns mal sehen, was wir hier haben. Ein bisschen Muni. Sonst aber nicht viel. Schlinge. Mk2. Ja, moin. Was ist los mit dir? Okay. Vielleicht sagen die denen jetzt Bescheid. Denn hier ist jetzt momentan nichts mehr. Gehen wir doch mal hoch. Gehen wir doch mal hoch. Wie kommen die überhaupt dahin jetzt? Alles die von gerade eben? Ich glaube schon, ne? Sind aber schnell hier hingekommen. Sag mal, Leute. Und da ist mein Schild. Du hast echt talent für Müller, Stranger. Colorme. Impressiert mich. Diese Station ist unter der Protection auf der Corporate Compliance Crew. Du solltest mit meiner Crew reden. Sie bestämt eine kleine Barracks in den Südüsten. Am Ende der Minden. Ah, mir begegnet, worauf alles unterricht mir die Blöden, die Blöden zu tun. Hab ich schon, dein Boss ist verschwunden. Ja, komm. Na, dann nicht. Das kriegen wir auch hin. Das kriegen wir auch hin. Ah, jetzt wieder eine... Ja. Ich will sagen, in der nächste Runde machen wir dann... ...das hier und dann holen wir Bertram. Bertram? Ja, wir kommen ja unten rein anscheinend, ne? Kann ich jetzt mal schätzen? Oder hier? Oder hier? Unten ging nicht, ne? Nee, unten war nichts. Okay. Dann gebe ich hier rein und nächste Runde... ...oh, mit der Bertram. Und dann wird das eigentlich auch fertig. Dann müssen wir nur noch... ...äh, da hin. Nein, eigentlich weiter. Hier war noch was für Pavardy. Dann müssen wir da hin. Ähm, dann müssen wir für sie noch was tun. Und dann können wir mit, äh... Na. Vika, hier zurück. Und dann haben wir ja eigentlich alles erledigt. Und dann geht's endlich weiter. Ja. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. ... ... ...